Neu-Folge Suras Ref Ursache, Wirkung Ich habe sie da wie das Mantra-Ding eingesetzt Die ganzen Sälen verbraten Jetzt darf ich sogar den Samurai spielen Purification Spannende 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 Grund Darüber Musik Spannende Spannende Melanchinen Spannende Sie lernen ihre Seele, diese Dinge zu kommen. Die Oma sind mir egal. Das kann man nicht pflegen. Wie schrecklich. Oder vielleicht Sie wollen sie zu exterminieren, bevor sie die Stadt erreichen? Ich habe es geplant. Ich habe es geplant. Ich habe einen Brauch. Genau. Oh, ich habe ihn zurückgeschmeißen. Ich habe es geplant. So, ich habe es geplant. 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 Und weil das so, drei Quarts der Kerner der Karmel-Fortreste hat sich verlieben. Das ist alles, was ich gesehen habe. Ich verstehe. Aber... Ja? Ich... Warum hast du Angst? Sprech! All these years, I have believed in the cause. But Asura's mantra has proven powerful enough to rival that of our own. That of the Brahmastra. After the blast, we lost track of his whereabouts. We do not know when he might attack again. Lord Deus! Lord Deus, I have a report to make. I used the Brahmastra on Asura. Yes. I already know. You're dismissed. But my lord, Yasha tried to... Dismissed! Lord Deus! Olga. Must I repeat myself a third time? My lord. Forgive me. Ja, Schau. Sir. Power without a purpose is meaningless and worthless. A purpose that is firm is to change the impossible to impossible. That is the power of our cause. Yes, Sir. Then you understand what we must do. Well, that was quite entertaining. So dedicated to the cause, so earnest in our fight to save the world, there is nothing more beautiful than fighting for this cause. Sergei, I want you to bring Yasha with you on the next extermination. You know what you must do. He has merely forgotten the beauty of following orders. As you wish. Report. Large mass of Goma confirmed. They are headed for a city in the vicinity of Shinto. Goma contamination imminent. Requesting permission for immediate purification. Ah, a purification. How beautiful. Come along now, Yasha. Ha, 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 ha. Ah! Der Film ist der Verspieler im Netto. 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 Der Film ist 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 der Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020